Kapitel 27 Das Schwert Hermine schreckte auf, als Severus zwei Tage später in die Wohnung kam. Er wirkte gehetzt. Es war bereits später Abend und er hatte einen letzten Rundgang gemacht. »Es ist soweit«, war alles, was er sagte, und Hermine verstand sofort. Sie sprang auf, rannte in ihr Zimmer und holte Tarnumhang und Schlüssel. »Wie lange haben wir Zeit?«, wollte sie dann wissen. »Luke und die Keros wurden zu einem Todesertreffen gerufen. Keine Ahnung, wie lange es dauert. Aber ihr habt maximal eine Stunde. Lusches wird alles versuchen, um es herauszuzögern. Das Passwort ist Testral. Beeilt euch und viel Glück«, sagte er. Hermine nickte und wollte schon gehen, da drehte sie sich noch einmal um und umarmte den Lehrer schnell. »Alles wird gut«, sagte sie, warf sich in den Umhang um und rannte aus dem Raum. »Ron! Ron! Ron, wach auf!« Hermine rüttelte an ihrem Freund, der bereits schlief. »Lass mich das machen«, sagte Blaise Sabine und schelte sich aus Seamus Bett. Grinsend beugte er sich über den schlafenden Ron und küsste ihn mitten auf den Mund. Dieser riss die Augen auf und fuhr so heftig hoch, dass er sich den Kopf am Bettende stieß. »Aua, Herr Merlin, was?« keuchte er und blickte verwirrt zu Blaze und dann zu Hermine. »Lass das nicht zur Gewohnheit werden«, rief Seamus vom anderen Bett herüber. »Mann, was soll das? Warum küsste mich und Hermine, was?« »Keine Zeit für Erklärung, wir müssen los«, sagte Hermine und warf Ron seine Sachen zu. »Wann soll ich mitkommen, als Wache?« fragte Blaze. »Ja, das wär sicher gut«, sagte Hermine und sah zu Seamus. »Hey, ich kann durchaus auch mal allein bleiben. Neville und Dean sind ja auch noch da«, sagte dieser grinsend. »Ja, sind wir und es wäre wunderbar, wenn wir bald wieder schlafen könnten«, kam es von einem verschlafenen Dean. »Ja, wir sind schon weg«, sagte Hermine und ging aus dem Raum. Blaze küsste Seamus schnell und folgte dann mit Ron. »Lucius ist also weg«, wollte dieser wissen, als sie im Gemeinschaftsraum der Gryffindors standen. »Ja, wir haben aber höchstens eine Stunde«, sagte Hermine. »Na dann los«, sagte Blaze und war als erster aus dem Portraitloch gestiegen. »Sollen wir jetzt riskieren und ohne Taunemann gehen? Könnte schwer werden, alle von uns darunter zu bekommen«, sagte Ron nachdenklich. »Ja, lass es uns probieren«, sagte Hermine leise. So schlichen die drei durch das stülle Schloss, immer darauf bedacht, den Geistern und Filch auszuweichen. Als sie schließlich vor dem Büro des Direktors standen, reichte Hermine Blaze den Tarnumhang. »Nimm ihn und würfeln dir über. Wenn irgendwer kommt, dann mach Krach oder so. Wir schaffen es dann schon irgendwie«, sagte sie. »Der Slytherin nickte.« »Passt auf euch auf«, sagte er. »Testral«, sagte Hermine und die steinernen Wasserspeier gaben den Eingang frei. Sie sahen ein letztes Mal zu Blaze und eilten dann die Treppe hinauf. Das Büro war dunkel und still. Dumbledore und sein Porträt schlief. »Und nun?«, flüsterte Ron. »Keine Ahnung, wir müssen einfach alles absuchen.« »Wir könnten auch ihn fragen«, sagte Ron und wies zum Porträt Dumbledore. »Nein, besser nicht. Ich glaube kaum, dass er was weiß. Dumbledore wird noch zu Lebzeiten das Schwert so gut versteckt haben, dass niemand es findet, der nicht soll.« »Na gut, dann lass uns suchen. Aber so groß ist es hier nicht. Ich sehe keine Tür oder Schrank, in den der Schlüssel passen würde«, sagte Ron und sah sich um. »Der Schlüssel?«, nachdenklich zog Hermine ihn aus der Tasche. »Ron, er ist ganz warm«, sagte sie aufgeregt. »Wow, ja, vielleicht führt er uns zum Schwert«, sagte der Weasley. Sofort begann Hermine im Raum umherzugehen. Plötzlich stockte sie. »Er ist heiß, aber ich sehe nichts, nur die leere Wand«, sagte sie. »Halt ihn doch mal davor«, sagte Ron. Hermine hielt den Schlüssel vor die Wand und sofort erschien ein Schlüsselloch. »Krass«, sagte Ron. Hermine steckte den Schlüssel ins Loch und die Mauer gab einen Eingang frei. Sie standen in einem Raum, in welchem sofort Fackeln aufflammten. Bis auf einen riesigen Spiegel in der Mitte war der Raum vollkommen leer. Irritiert sah Hermine zu Ron, der langsam auf den Spiegel zuging. »Das kenne ich. Harry hat diesen Spiegel im ersten Jahr entdeckt, weißt du noch?« »Das ist der Spiegel, ne, Gab?«, fragte Hermine voller Ehrfurcht. Ron nickte. »Aber wir wollen doch das Schwert«, sagte Hermine etwas niedergeschlagen. Ron lächelte nun. »Du bist doch hier die Schlaue. Denk doch mal daran, wie Harry im ersten Jahr an den Stein kam.« »Du meinst«, Ron nickte. »Okay, du oder ich?« »Du natürlich. Dumbledore wird dir den Schlüssel nicht umsonst vermacht haben«, sagte Ron und trat auf die Seite. Hermine nickte und stellte sich vor den Spiegel. Im ersten Moment sah sie nur sich. Dann änderte sich das Bild. Plötzlich sah sie sich mit Ron zusammen. Sie selbst trug ein Hochzeitskleid und ihre Eltern standen bei ihnen. Hermine lächelte. Aber das war nicht das, was sie jetzt wollte. Sie schloss die Augen und stellte sich das Schwert vor und wie sie es hielt. Beinahe war es so, als fühlte sie das kalte Silber in ihrer Hand. Plötzlich keuchte Ron neben ihr auf und Hermine öffnete die Augen. Sie hielt tatsächlich das Schwert. »Wow. Dumbledore hatte wirklich Stil«, sagte Ron. Hermine nickte und starrte auf das edel verzierte Schwert. Plötzlich hörten sie Krach und Rufe. »Wir müssen weg«, rief Ron. Hermine verstaute das Schwert in ihrer Tasche. Schon rannten sie los und sahen nicht mehr, wie sich die Wand hinter ihnen schloss. Unten vor dem Büro blieben sie stehen. Der Krach kam von unten. »Was jetzt?«, flüsterte Ron. Hermine sah sich hilflos um. Noch ehe sie reagieren konnte, wurden sie und Ron umgeworfen. Sie lagen auf dem Boden. Blaze war da, legte sich über sie und warf den Umhang über sie drei. »Psch, kein Mox«, raunte er, als sie schon Schritte näher kommen hörten. »Wenn ich diesen Geist in die Finger bekomme!« Die Stimme von Alekto Karo war deutlich zu erkennen. »Lass gut sein, es ist spät.« Amikos Karo gähnte herzhaft. »Schön, aber ich sag dir, das wird er noch büßen.« Alekto schien Kerzen machen und bald war alles still. Blaze atmete durch und erhob sich vorsichtig. Er reichte Hermine eine Hand und zog sie auf die Beine. »Das war viel zu knapp«, flüsterte er. »Was ist passiert?«, wollte Ron leise wissen. »Nicht hier, los, schnell zu den Kerkern«, sagte Blaze. Er warf Hermine den Umhang über. »Wenn sie uns erwischen, ist es nicht so schlimm, aber bei dir schon«, kam er ihrer Frage zuvor. So liefen sie, so schnell es ging, zurück zu den Kerkern. Hermine sagte das Passwort und gleich darauf standen sie keuchend in Snape's Wohnung. Der Tränkemeister starrte sie erleichtert an. »Bei Merlin, da seid ihr ja. Ist alles gut gegangen?« »Ja, kann man so sagen«, keuchte Blaze und ließ sich in einen Sessel sinken. »Ich könnte jetzt echt einen Schnaps gebrauchen«, sagte er. Severus hob die Augenbrauen, goss aber einen Schluck Feuerwisky in ein Glas und reichte seinem Schüler. »Ausnahmsweise. Und nun, was ist passiert?«, sagte er und Blaze leerte dankbar das Glas in einem Zug. »Wir haben das Schwert«, sagte Hermine und zog dieses aus der Tasche. Dann erzählte sie, was vorgefallen war. »Blaze, was ist eigentlich draußen passiert?«, wollte Ron nun wissen. »Erwartet ist eine Weile drin. Da habe ich die Karos gehört. Offenbar hat ihr wisst schon, wer sie weggeschickt. Sie schienen beide mächtig sauer. Sie kamen direkt auf das Büro zu. Also bin ich abgehauen und habe eins der Gemälde von der Wand fallen lassen. Zum Glück ist in diesem Moment Piefs aufgetaucht und hat mein Werk vollendet. Ich wollte zurück und euch holen. Da kamt ihr schon raus und naja, den Rest wisst ihr. Die Karos kamen wieder nach oben und so habe ich euch von den beiden geholt und den Umhang über uns geworfen. »Das war ausgesprochen mutig. Ich danke dir«, sagte Sereris. »Nicht zu danken. Je schneller das Schwert bei Harry und Draco ist, desto schneller sind wir die beiden Karos los.« »Apropos, wie sollen wir ihnen das Schwert überhaupt bringen? Wir wissen doch gar nicht, wo sie sind.« »Wach Ron ein.« »Mein Patronus wird es bringen«, sagte Sereris und drehte das Schwert in der Hand. »Das geht?« Wollte Blaze wissen. »Ja, naja, Patroni können Gegenstände transportieren, aber es ist kompliziert und auch der Patronus kann die beiden nicht finden. Ich kann ihnen nur anweisen, in die ungefähre Richtung zu gehen und das Schwert an einem sicheren Ort zu deponieren. Den Rest müssen die beiden machen«, erklärte Sereris. »Klingt nicht gerade erfolgsversprechend.« »Sorf Ron ein.« »Es ist die einzige Chance, die wir haben. Sie werden nicht eher herkommen, ehe nicht wenigstens die beiden Hockrookse zerstört sind, die sie bei sich haben«, sagte Sereris. Hermine nickte. »Kannst du den Patronus von hier schicken?« »Nein, ich muss hinter die Appariergrenze.« »Bleib hier, auch du, Ron. Du kannst hier schlafen. Es wäre zu gefährlich, jetzt durch das halbe Schloss zu laufen.« Blaine setzte an, etwas zu sagen, aber Sereris hob den Arm. »Nein, auch du bleibst. Seamus kommt sicher klar. Du kannst ans Hemsbett schlafen. Keine Widerrede. Hermine, darf ich den Umhang nehmen?« Fragend sah der Lehrer zu der jungen Frau. »Natürlich«, sagte diese. Sereris griff danach und sah noch einmal zu den dreien. »Es wird funktionieren und nun geht schlafen.« Dann warf er sich den Umhang über und verschwand. »Meint ihr wirklich, das Schwert kommt heute dahin, wo sie es finden?« Worderon zweifelnd wissen. »Wir müssen es glauben,« sagte Hermine. Es war eisig kalt, viel kälter als in den letzten Tagen. Sereris eilte unter dem Umhang verborgen über die Ländereien, bis er die Appariergrenze hinter sich gelassen hatte. Er schlug sich ein wenig in den Wald, konnte es nicht gebrauchen, dass jemand aus dem Schloss sein Patronus sah. Dann hob er den Zauberstab und sprach »Expecto Patronum«, und ein großer Hirsch erschien vor ihm. Sereris hob das Schwert hoch und sagte »Nimm es und bring es zu meinem Sohn, oder an einen sicheren Platz. Ich weiß, du kannst ihn nicht finden, aber ich weiß auch, dass du seine Nähe spüren wirst.« Der Hirsch schenkte den Kopf und es schien eine stille Zustimmung zu sein. Das Schwert verschwand nun im Inneren des Patroni und schien wie in einem leuchtenden Kokon zu schweben. Dann wandte sich der Hirsch um und sprang durch den Wald davon. »Harry, erfinde dich, da bin ich sicher.« Flüsterte Sereris, warf sich wieder seinen Tarnumhang um und lief zurück zum Schloss, über dessen Türm der Mond hochstand. Harry fand keinen Schlaf. Er hoffte, dass die Eule ihren Weg gefunden hatte und auch wirklich nur seinen Vater die Nachricht gelesen hatte. Er spürte, Dracos warmen Atem an seiner Schläfe und konnte sich nichts Schöneres vorstellen. Er hatte ihm in den letzten zwei Monaten so unendlich gefehlt und nun fühlte er sich endlich wieder etwas lebendig, auch wenn sie noch immer keine Lösung für die Horkrufe gefunden hatten. So vorsichtig wie möglich stand Harry auf, zog sich an und schlich aus dem Zelt. Der Morgen dämmerte, aber es war kalt. Es schien in der Nacht wieder gefroren zu haben und eine feine Schneedecke bedeckte die karge Landschaft. Harry setzte sich vor das Zelt und sah zu den entfernten Bergen. Irgendwo dort lag Hogwarts. Irgendwann wirst du dir nochmal den Tod holen, sagte Draco vorwürstvoll und legte seinem Verlobten eine Decke um die Schultern. Tut mir leid, ich wollte dich nicht wecken, sagte dieser. Draco schüttelte den Kopf und küsste Harry. Hast du nicht. Kannst du nicht schlafen? Geht so, sagte Harry und stockte. Was ist? Spinne ich oder ist das Dats Patronus? Sagte Harry und zeigte in die Ferne. Zwischen den Bäumen leuchtete etwas. Dann spinne ich ebenfalls, denn ich sehe den Hirsch auch, sagte Draco. Harry sprang auf. Es sieht so aus, als sollten wir ihm folgen. Draco nickte, griff nach der Umhängetasche und sah zu Harry. Dann sollten wir das tun, sagte er und beide folgten dem leuchtenden Tier. Plötzlich standen sie auf einer Lichtung und in der Mitte lag ein zugefrorener Teich. Der Hirsch blieb auf der Mitte des Gewässers stehen, ehe er verschwand. Vorsichtig trat erst Harry und dann Draco auf das Eis. Es trug sie. In der Mitte kniete sich Harry hin und wischte die Schnieflocken weg. Das Schwert, keuchte er. Nun entdeckte auch Draco es. Am Grund des Teiches lag Gryffindors Schwert. Archeo Schwert, rief Harry, aber nichts geschah. Er scheint zu tief zu sein, sagte Draco und zog sich bereits seinen Pullover aus. Was tust du da? Wollte Harry wissen. Das Schwert holen, oder weißt du eine andere Lösung? Aber. Nein, Harry, kein Aber. Diesmal werde ich es machen, sagte Draco und reichte die Umhängetasche an Harry. Geh zur Seite. Sagte er und als Harry etwas weg war, ließ er das Eis aufbrechen. Und das wird kalt, sagte er zu sich selbst, warf Harry seinen Stab zu und ließ sich ins Wasser gleiten. Für einen Moment nahm es ihm den Atem. Er war erst wenige Sekunden im Wasser und spürte bereits kaum noch seine Zehen. Bitte pass auf, rief Harry eindringlich. Keine Sorge, sagte Draco, holte tief Luft und tauchte. Es war wesentlich tiefer, als er gedacht hatte. Er kam kaum voran. Als er schon den Arm nach dem Schwert ausgestreckt hatte, hielt ihn etwas fest. Sein rechter Fuß hatte sich in einer Wasserpflanze verfangen. Und was er auch tat, er bekam ihn nicht frei. Harry wurde unruhig. Draco war schon viel zu lang in dem kalten Wasser. Vorsichtig trat er in das Loch und sah, dass sein Verlobter in Schwierigkeiten steckte. Ohne darüber nachzudenken, sprang er mit seinen Sachen ebenfalls ins Wasser. Er hatte Draco beinahe erreicht, als die Umhängetasche, die er noch immer trug, plötzlich unendlich schwer wurde und ihn nach unten zog. Verzweifelt versuchte Harry, sich dagegen zu wehren und strampelte mit den Beinen. Aber die Tasche war bleischwer und er konnte sie nicht abstreifen. Auch Draco kämpfte einen aussichtslosen Kampf. Das Letzte, was er noch wahrnahm, ehe er das Bewusstsein verlor, war eine Explosion und Hände, die nach oben zerrten. Und dann machen wir das Bewusstsein. Und dann werden wir das Bewusstsein ertor erlaubt und erinnert. Untertitelung des ZDF, 2020